Klappt's. Ich hoffe, ich bin im Vergleich zum Spiel gut zu hören. Ich glaube, ich muss alles erst wieder einstellen mit diesem Fastboot und so. Die Geduld habe ich nämlich nicht. Ach, ich weiß nicht, ich bin heute. So, ich finde das schöner. Hallo Michi. Wir haben Sonntag eine große Auswahl, haben wir heute nicht hier mit dem Fahrplan. Wir lösen 4040 ab. Ja. So. Aber irgendwie lädt die Textur nicht, ne? Oder was ist das? Na klar, alles fit bei mir und bei dir. Eine anstrengende Woche gewesen, aber ich habe es überstanden. Ach so, ich wollte ja die Kamera umschwenken. So. Jetzt seht ihr mich. Ach so. Ach, wie war denn? Ich bin heute total muß im Kopf. Genau. Also, wir haben die wunderschöne Gelenk-Variante von der BRT-Solo-Variante. Leider ist der aus dem BRT-Ed-On schrecklich. Und die C2-Stadtbus-Familie, wie ihr wisst, wird ja immer noch nicht released. Aber darüber haben wir uns ja schon köstlich amüsiert. Wir fahren mal ein bisschen vor. Ich habe alles abgebaut bei mir. Im nächsten Monat ziehe ich doch um. Bei mir ist auch keine Hintergrundbelöschung mehr. Die ist alle weg. Alles weg. Das Einzige, was ist, der Fernseher hat zwar noch Saft, aber ist nicht mehr mit dem Computer verbunden. Also, provisorisch. Irgendwas hingeklebt. Hallo, OMSI-Bus. Jetzt können wir ja ein bisschen vorspulen. Um. Okay. Okay. What? Okay. Let's go. Achso, ich fahre die Linie auf 150 nach Altblankenburg. Das sieht echt nice aus hier. Jetzt habe ich die überschrieben, ich habe vergessen, die zu sichern. Ich wollte die alten eigentlich behalten. Ja. Und die hier hat er nicht ersetzt. Ich kann ja eigentlich schon mal sagen, dass der 158er demnächst bis nach Wasserturm oder Sternberg fährt. Ich habe irgendwie Langeweile gehabt und ein bisschen weiter gebaut, aber ganz ein bisschen. Nur ein paar Straßenzüge. Und der ging mir so durch den Kopf, dass es bis am Steinberg gar nicht so weit ist. Lediglich die Hainersdorfer Straße runter. Das Schwierige da ist natürlich, weil die so kurvig ist, das auch genau richtig zu machen. Oh yeah. Ja, danke. Muss ich mir gleich mal anschauen. Irgendwie funktioniert das hier nicht so. Ich glaube, das war ein Abo. Ich baue keine Maps auf Wunsch. Und an den Maps mache ich mich jetzt gar nicht ran. Zumal ich die gar nicht habe. Ey, ich habe noch viel mehr von denen auf Lagern, ne. Nur halt will ich die nicht so sofort alle posten. Posten. So. Nach und nach. Ich habe eins, was ich eigentlich posten wollte. Ich bin noch ganz schwer im Überlegen, ob ich das wirklich machen kann. Und ich hätte bitte die Linie... Ich nehme an da. Ich hätte gerne die Linie 259 komplett. Nee, den Hundnatter. Jetzt, sofort. Und den Zwaunatter. Und den Draunatter. Ui, ja. Stimmt. Und das Gebäude dahinter noch hübscher. Ein originales Gebäude ist das übrigens. Und das Kaufland wird auch noch gemacht. Ja, aber irgendwie ganz anders, ne. Dieses andere. Guten Tag. Aber irgendwie... Wo ist denn das Flatterband? Ach so, das ist das Flatterband. Ach so. Okay, ja. Jetzt habe ich es gescheckt. Ich verpasse das. Ich kann das so gar nicht lesen. Das ist zu klein. Trotzdem danke für dein Abo. Theodor-Brucks-Straße. Gemeinsam sicher unterwegs. Bitte tragen Sie stets eine FFP2-Maske und halten Sie möglichst Abstand voneinander. Travel together safely. Please wear an FFP2-Mask and keep your distance. Ich habe die Map nicht. Bei mir kriegst du nur das zu sehen, was mit Berlin zu tun hat. Ach Gott, als ob ich... Nee. Nicht böse gemeint. Ich werde niemals... Gladbeck, Ruhrgebiet... Und was alles noch von dem Projekt kommt. Hier findest du wirklich nur BVG. BVG... Jetzt habe ich wegen dir die Phase verpasst. Ich darf nicht lesen und fahren zeitgleich. Ihr seht auch, hier ist die Straße schmaler. Die Straßen werden so jetzt so nach und nach korrigiert. Konstantin, das lese ich sehr gerne. Dass man das wieder erkennt. Das ist auch mein Ziel. Man sieht das hier so ein ganz bisschen. Hier. Ab hier ist die Straße wieder breit. Die Straße breit. Nein, ich kann die nicht fahren, Fabrice. Ich habe die Map nicht. Und... 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 Hier sieht man es auch, wieder schmaler. Wir mögen uns alle nicht, wir sind Omsilianer. Würden wir uns alle mögen, wäre was in der Omsi-Community nicht richtig. Oha. Oha. Wegen dem Bus hättest du gewartet, oder was? Ich hab neulich irgendwas mitbekommen. Bei Instagram, in den Storys, überall gelesen. Ja, war klar, bei Rot fährt er. Der fährt so, dass ich... Ach, leck mich doch. Hab ich auch gelesen, die Mustern, die einfach jetzt alle aus... Ich glaub, wie viele sind noch im Bestand? Von den G05er unter 5 Stück mittlerweile, oder? Wenn ich jetzt richtig gesehen hab. Hey, nur 2 Minuten zu spät. Guten Tag, guten Abend. Guten Abend. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß gar nicht, was 4280 für ne Werbung hatte. Ich weiß nur, dass 4280 Solaris ist, ja. Achso, wie warnt es? Doch, nicht, oder was? Nertusweg. Achso, doch. Wie warnt es? Nur mal so, just for fun. Die nicht Moderatoren sind, und spammt mal den Chat mit Emojis voll. Nur mal so. Oh, ich will dir scheiße. Hallo. Wie sitz ich hier unten? Also, ich fang mal von klein bis groß an mit dem. Der 150er wird von S-Bahnhof Buch nach Altblankenburg fahren. Der 158er, der wird dann von S-Bahnhof Buch unter der Woche bis nach Am Steinberg fahren. Kein Bock, die ganze Strecke zu bauen. Dann wird er am Wochenende zwischen Altblankenburg und am Wasserturm fahren. Oder am Steinberg, keine Ahnung, wie er da am Wochenende fährt, muss ich mich schlau machen. Der 350er hat die komplette Linie, wie sie jetzt schon ist. Der 353er auch die komplette Linie, wie sie ist. Und der 893er zwischen Zepanikastraße und Schwanebeckschule. Und dann halt noch der Schienersatzverkehr im Krono-Event. Das habe ich vorne aufgemacht. Achso, und dann halt die fiktiven Linien, die ich mitliefer, die man separat downloaden muss. Die liefere ich nicht mit, so meine ich das. Straße 74 Ich bin heute den ganzen Tag mit Lenkrad gefahren. Und dann jetzt mit Maus wieder fahren, ist schwierig. Also, 150 und 158, die kenne ich in- und auswendig. Da habe ich die Strecke, die Linie. Der 158er war meine Schulbuslinie. Mit dem bin ich immer zur Schule gefahren. Und der 150er war immer so eine Familienlinie. Mit dem ging es zu anderen Familienmitgliedern. Ja, das bekomme ich irgendwie mit, dass sie nur C2s fahren sollen. Aber lieber die als die Scania. Ja. Alt-Karo. Liebe Fahrgäste, zu ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Ich weiß noch, es gab Zeiten, da waren auf dem 158er nur 15 Meter Busse unterwegs. Als es die noch bei der BVG gab. Nee. Also, Scania. Ich bin gar kein Scania-Fan. Die Busse gefallen mir ganz und gar nicht. Kann ich nicht sagen, warum. Die gefallen mir einfach nicht. Straße 42. Ich glaube, den ersten Scania habe ich auf dem 150er mitbekommen. Damals war ich neugierig. Auf den Scania. Und dann habe ich immer versucht, immer eine Möglichkeit genutzt, den 150er zu nutzen. Aber nee. Das war zu zweit, als wir die... Als welche Stadt kamen? Die Stuttgarter Mercedes Busse hatten. Die hätten die Solaris dritte Generation nochmal neu bauen müssen. Hallo. 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 Also, diese C2-Gelenkbusse, der hier, den bin ich jetzt nur zweimal gefahren. Das letzte Mal, wo ich in Berlin war. Und als er das erste Mal... Doch, das war so in seinen ersten Monaten auf der Linie 256 oder 197, irgendwas da hinten. Falkenberg, da so. Siedlung Wartenberg, da. Beutene Straße. Ey, wirklich nice, der C2-Gelenkbusse, pass mal auf. Funktioniert endlich. Hallo. Geh mal weg mit deinem Download. Du kriegst den nicht. Ist dein, es war dein, aber du kriegst den nicht. Ich hab aber irgendwie ungewöhnlich wenige Solaris hier unterwegs. Straße 45. Wollte ich mal gucken. Der Kollege hier, der nicht vorhanden ist, geht sehr stark auf Sicherheit und lässt den seitens Spiegel drinnen, damit er den nicht abfährt. Also Solaris hab ich drinnen. Aber irgendwie fahren immer nur die C2-Gs. Das ist irgendwie komisch. Das ist mir erst so später aufgefallen, dass die KI die Spiegel immer so hat. Sicherheitsabstand zum Bürgersteig. Keine Corona-Ansage. Bloß nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Abends, glaube ich. So habe ich es auch eingetragen hier im Fahrplan. Abends ist er mit dem 893er gekoppelt. Rein mit euch Gsindel, aber hinten. Ehe das passiert, sind schon die ersten Elektrobusse wieder ausgemustert. Weil sie zu alt sind. Guten Abend, Lukas, ja. Ein sehr edler Bus. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, ab hier immer Stau zu haben, wie es auch in echt ist. Schön vor bis Altblankenburg. Bis Krugstege. Die EGN auf anderen hin? Wie, die gehören nicht der BVG. Diese Solaris-Gelenkbusse oder was? Diese Elektro-Dinger? Ja. Ja. Hier auch, die Straße wieder schmaler gemacht. Ja, aber keine Endhaltestellen-Ansage. Typisch Atron. Ja. Untertitelung. BR 2018 Aha. Wusste ich gar nicht. So, in elf Minuten geht's zurück. Was machen wir? Das fand ich cool. Als ich das vorhin in der Premiere gesehen hab. Was? Kann ich mal gucken? Wo war denn das? Hier. Ob es jetzt endlich funktioniert? Ja. Und hier seht ihr, mehr ist bisher nicht passiert. Ich versuche, wenn ich endlich wieder so Zeit hab. Aktuell ist es zeitmäßig ja, wo die Arbeit wieder begonnen hat. Wo ich ja wieder arbeiten darf. Ist wenig Zeit dafür. Deshalb wird's noch ein bisschen dauern. Ich sprühe mal die Zeit vor. 1914 Ne, mach ich nicht. Ich hab gar keine Ahnung davon. Bin immer froh, wenn ich Hilfe bekomme. Wenn's um sowas geht. Da bin ich ganz schlecht. Objekte bauen und modden. Klappert da irgendwas? Klappert da irgendwas? Klappert da irgendwas? Ha, minus 100%. Das ist auch so eine coole Sache, ne? Die ganzen neuen Funktionen. Razzia. Was ist eigentlich dieses Razzia-Ding? Wo, fahren wir zurück. Und hinterher wechseln wir auf den 893er. Ach guck mal, das ist so scharf, man kann das sogar lesen. Cool. 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 Ah, ist das Flatterband jetzt hier? Nö. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hier, ganz weit weg von uns. Nur so. Hier, ganz weit weg von uns. Hier muss ich auch endlich mal fertig werden. Die Gegend hier hatte ich nur provisorisch gebaut. Und bisher groß nie was verändert. Ich freue mich auf die neue Decke. Hatte ja schon gesehen. Hat das mir ja gezeigt. Die Decke, die sieht nice aus. Hier, ganz weit weg von uns. Karol Damm, Georgenstraße. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Hallo Max. Willkommen. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Oh, ja. Oh, ich habe mich erschrocken. Danke für den Abo. Gemeinsam sicher unterwegs. Bitte tragen Sie stets eine FFP2-Maske und halten Sie möglichst Abstand voneinander. Travel together safely. Please wear an FFP2-Maske. Das ist irgendwie so ein richtiger Traum, ja. Die eigene Map in so einem großen Spiel zu haben. Als ich von Omsi erfahren habe, waren so die ersten Videos, die ich gesehen habe von Nordrhein-TV oder von Florian Kahle, wo sie auf Berlin X10 waren oder dieses Spandau, dieses alte. Das fand ich so toll. Ich habe mich nur immer gewundert, warum gibt es denn, warum fährt denn keiner in ein Buch oder so? Ja, gibt es leider nicht. Jetzt gibt es das. Und hat nur fünf Jahre Bauzeit gebraucht. Fast. Fünf. Strasse 45 Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Deine Arbeit. Das wird schon. Strasse 5 1 1 2 2 1 2 2 3 2 So, jetzt schaue ich mal. Hallo. Ne, ich vergleiche das mal, wenn wir an der Interestelle angekommen sind. Dann ist der Bus auch leer. Aber es sieht schon echt nice aus. Da freue ich mich. Schöne Landschaft. Hallo. Hallo. Das ist ja nice. Hier muss ich auch noch endlich das Getränkeaufmalen hinpacken, was hier ist. Immer noch Lidl. Guten Tag. Guten Abend. Oh ja. Also der Abschnitt zwischen Wannsee und Fauninsel ist noch, ist eigentlich recht easy noch. Aber dann zwischen Wannsee und, na, Missile Nord ECC ist dann doch ein wenig schwierig. Aber ich glaube, es gibt schon die Map Wannsee. Projekt Wannsee irgendwie, glaube ich. Aber als Privat. Alt-Caro. Liebe Fahrgäste, zu ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Die Halte Stelle Schlossplatz sagt mir gerade gar nichts. Ich bin die zwar öfters mal gefahren, die Linie, aber habe mir nie die Halte stellen gemerkt. Es sieht schon wieder irgendwie ganz anders aus, jetzt wo so Löcher drinne sind. Ich bin die Halte. Ich bin die Halte. die feuerwehrwache hier ist eigentlich auch provisorisch gewesen das ist ja dieses real aus x10 glaube ich ach so den meinst du aber das ist doch total dunkel da war es war so klar sind die straßen beleuchtet aber da sieht man nachts da kaum was wenn man da abends ja gut sofern es dunkel wird da sieht man kaum was straße 74 hier kommt auch irgendwann wieder ein kronen hallo malte so viele ist noch hier dieses netto ist auch nicht real das ist schwarze hunde netto und ein backsteingebäude so so auch Es ist wirklich noch sehr viel zu machen. Ihr seht das ja hier, diese Häuserreihe. Auch irgendwie nur andere Farbe. Hallo. Komisch wird es, wenn die ganzen Fahrgäste hier, wenn man hier alles wieder umstellt, dass die Fahrgäste hier in OMSI auch keine Masken mehr tragen. Ich weiß auch gar nicht, anfangs habe ich mir gesagt, diese Corona-Ansagen werde ich mir nie reinmachen. Will ich nicht. Jetzt habe ich sie trotzdem drin. Obwohl das das Ganze irgendwie realistischer macht. Nettleswig. 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 Irgendwie, ich kann diesen Bus nicht steuern, ne? Ich habe mit dem immer so einen Abstand von der Haltestelle. Wieder, Mercedes. Wo bleibt nur mein wunderbarer Solaris? Fährst du mal los? Wie ist das? Ja, wuas wir sie. ist irgendwie so ein richtig schönes Gefühl hier in Ormsi lang zu fahren ich kenne diese Gegend seit ich ich bin im Buch geboren worden die ganzen Wege, die bin ich hier entlang gelaufen zu Weihnachten, wir haben immer einen Weihnachtsbaum da in Altcaro geholt dann sind wir da mit so einem Bollerwagen hin und haben uns da so einen großen Weihnachtsbaum geholt und sind gelaufen die Strecke und wenn es zu kalt war sind wir dann mit dem Weihnachtsbaum in den Bus eingestiegen wurden immer mitgenommen waren immer so liebe Busfahrer oder Busfahrerinnen die uns da mitgenommen haben nur einmal hatten wir Pech da war es ein Doppeldecker wir hatten so eine große Tanne die war natürlich dann verbogen und da war es nicht so sehr schönes aber es gab es keinen so Doppeldecker aber ich bin da Kinder, die ein ganzes getrobiert dann wurde und ich glaube das ist jetzt so die uhrzeit müssten jeden moment die lichter hier angehen die straßenbeleuchtung die haltestelle ist das nächstes anne mit dem neubau eine heimat haltestelle hier so hell ja ich sehe kaum den seitenspiegel gerne kann mir auch jemand helfen wenn er ahnung davon hat wie man die ampelschaltungen kürzer bekommt oder das irgendwie umskriptet dass sie kürzer sind es nervt mich dass die rotphase so verdammt lang ist ob die geht eine oder anderthalb minuten ja 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 altbuch wildberg straße nähe zu ihrer eigenen sicherheit möchten wir sie bitten sich während der fahrt festzuhalten die kreuzungen die ich hier drin hab die kreuzungen die ich hier drin hab die sind alle selbst gebaut aus splines deswegen ist die sind die ampelschaltungen und deswegen blinken die auch nicht ne nicht dass ich wüsste 324 gibt es ja ja ich habe auch diese ampelsplines aber diese rotphasen von denen sind viel zu lang nicht wie die ja 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 und und Anzeige geht raus an den Kollegen, der fährt über Rot. Ja, war klar. Ich fahr trotzdem jetzt mit Grün. Ja, ich weiß, dass er das wegen dem Krankenwagen darf. Die wollen immer mit bis zur Wendeschleife. Achso. Na, ich verwende... Hier, die stehen leider nie direkt drauf. Das sind so kleine Objekte mit so einem Pfad drauf. Die sind hier, kann ich auch irgendwann mal nochmal im Editor zeigen. So Ampelobjekte und die sind in den Objekten ist die Ampelscheidung programmiert. Wie machen wir das? Nehmen wir den hier für den 893er oder soll ich dann einen neuen Bus bauen? Okay, dann mach ich das mal. Ne, der ist... Also ja, der ist... Ja, der ist neu. Aber Privat halt. Ah, ich will den C2 BRT so ungern fahren. Der ist scheiße. Dieser BRT-Bus ist ja kacke. Dann drbras-Bus ist ja kacke. Solaris, ja stimmt, könnte ich auch mal wieder nehmen. Das ist noch die alte Ruftatei. Das ist noch die Ruftatei. Oh ja, das wäre ja auch nice. Obwohl ich habe so meine Probleme mit diesem neuen Artron. Mir gefällt das nicht, dass der die letzte Haltestelle nie durchgibt. Oh ja. Ja, es ruckelt hier, wo ich hier auf dieser Wendeschleife vier Kacheln aneinander kreuzen. Also ungefähr, wo ist das? Hier so genau da, wo meine Maus, hier ist eine Kachel, hier, hier und hier. Ich finde das Repaint so hübsch, ja. Soll man mir sagen, was man will? Jetzt, wo es dunkler ist, gibt das schon wieder was her. Solltei.